Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Banrado und ich freue mich, dass du auf meinen Kanal gefunden hast. Wenn du Let's Plays und Livestreams mit einem Hauch Tutorial von aktuellen und älteren Games sehen möchtest, bist du hier genau richtig. Auf meinem Kanal geht es in erster Linie um Spaß und Spielen. Denn hier hast du täglich die Möglichkeit, auf Deutsch Let's Plays und Livestreams zu sehen. Meine aktuellen Projekte sind Dark and Light, Ark Survival Evolved und Conan Exiles. Und das Beste daran ist, diese Projekte kannst du mit uns zusammenspielen, auf unseren Community-Servern, die bereitgestellt sind für die Community. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt haben sollte, hast du nun die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Dabei solltest du die Glocke nicht vergessen, um über jedes neue Video oder Livestream informiert zu werden. Und ich freue mich jetzt schon riesig, dich in meiner Community begrüßen zu dürfen.